Da kommt eine Mutter, ne es kommt ein Kind, ne es kommt Mutter mit dem Kind, mit dem Kind und ins Baumhaus, wollte ich gar nicht so sagen, in ein Blumengeschäft. Die Mutter hat so eine Poolnudel unter dem Arm. Nein, die hat das Kind unter dem Arm und eine Poolnudel auch, also auf dem anderen Arm. Und dann sagt sie zur Blumenhändlerin, ne, da sagt die Blumenhändlerin erst, ist das eine Poolnudel? Ne, ist das jetzt neu? Also das Kind? Und dann sagt die Mutter, das heißt neu jetzt, in dem Sinne. Dann sagt die Mutter, ja, also die Blumenhändlerin sagt, ja, ich meinte die Poolnudel. Dann sagt die Mutter, ach ja, klar, weil hier unter dem Arm, hier unter dem Arm, das Kind dann und dann hat es einfach... Und dann sagt die Mutter, ne, die Blumenfrau sagt, machen Sie mal kein langes Gesicht. Und dann sagt die Poolnudel, die Mutter sagt dann, das mit dem Kind, ne, das Kind, das guckt, dann, das guckt dann, ne, die Mutter guckt. Die Mutter guckt sich eine Blume an und die Blumenfrau sagt, kann ich Ihnen helfen? So, dann sagt die Blumenfrau, äh, dann sagt die Mutter, äh, mit der Poolnudel, äh, die Poolnudel sagt, die Poolnudel, die Mutter mit der Poolnudel sagt folgendes. Warte mal, jetzt geht's los. Ähm, 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 ich habe mal geritten. Und dann sagt die, 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 ähm, die Blumenfrau sagt, ja, dann machen Sie aber kein langes Gesicht. Äh, nee, dann sagt die Mutter, nee, die, 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 das Kind, äh, die, die Poolnudel, äh, die Poolnudel, äh, weint dann, so, und die, das Kind, äh, sagt dann, haben Sie aber auch, haben Sie aber auch, haben Sie aber auch irgendwie sowas, ne, so nach dem Motto, ja, so, das ist ja der Witz gewesen. Bis zum nächsten Mal.